Verhaltensregeln Verhaltensregeln sind Regeln für das Verhalten. In jedem menschlichen Kontext gibt es bestimmte Verhaltensregeln, die als akzeptabel gelten und andere als nicht akzeptabel. Wenn du in einen neuen Kontext kommst, dann ist wichtig zu verstehen, was sind die Verhaltensregeln? Was ist der Verhaltenskodex in diesem Kontext? Verhaltensregeln sind manchmal klar, manchmal aber auch nicht. Zum Beispiel gibt es in Indien bestimmte Verhaltensregeln, wie du dich in einem Ashram zu verhalten hast. Es gibt bestimmte Kleidungsregeln, es gibt bestimmte Regeln, wie man mit Menschen spricht, wie man in einen Tempel geht, wie man sich gegenüber einem Meister verhält. Und es ist klug, die Verhaltensregeln herauszufinden, um nicht unnötigerweise Konflikte zu erzeugen. Und es ist klug, die Verhaltensregeln werden, für die Verhaltensregeln werden. Und es ist klug, die Verhaltensregeln ist, die Verhaltensregeln werden. Vielen Dank.